Jetzt spielen wir für euch ein Stück, das ist von Jean Sibelius und das hat er im Jahre 1875 geschrieben. Da war er gerade mal neun Jahre. Und Jean Sibelius ist ein großer Finisher-Komponist. Eigentlich war sein Vorname Johann Julius Christian Sibelius. Und er hat ganz viele Symphonien geschrieben, symphonische Dichtungen, Sonaten, Suiten, Kammermusik und ein ganz wunderschönes Violinkonzept. Aber das allererste Stück, das er jemals auf Papier geschrieben hat, da war er eben neun Jahre alt und das spielen wir jetzt für euch. Das ist geschrieben für violine und violoncelo. Und das ist ganz ohne Bohr. Da spielen wir nur mit der rechten Hand Pizzicato. Das heißt gezucht. Viel Vergnügen mit den Wassertroffeln von Jean Sibelius. Musik 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 Vielen Dank.